Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagmorgen kurz nach sieben in Zwickau. Auf der Kreuzung Auffahrt Glück auf Brücke in landwärtiger Richtung kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Moped und einem PKW. Bei dem Unfall wurde der Mopedfahrer schwer verletzt. Er wurde im Rettungswagen von einem Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr kam zur technischen Hilfeleistung zum Einsatz. Zum genauen Unfallhergang und der Höhe des Sachschadens wurden vor Ort von der Polizei keine Angaben gemacht. Die Kreuzung war teilweise gesperrt, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.